Wenn du möchtest, dass dein iPhone-Bildschirm nie automatisch ausgeht, dann musst du nur die folgende kleine Änderung in den Einstellungen vornehmen. Gehe dazu in die iPhone-Einstellungen. Dann auf Anzeige und Helligkeit. Hier tippst du jetzt auf Automatische Sperre und wählst dort den Punkt Nie. Jetzt schaltet sich dein iPhone nie automatisch in den Ruhemodus und das Display bleibt so lange an, bis du es selbst wieder ausschaltest. Hat dir dieses Video geholfen? Dann klicke auf Abonnieren, um keinen weiteren Tipp mehr zu verpassen.